Das ist Hank McCoy, einer unserer begabtesten Nachwuchsforscher. Und worin besteht deine Mutation? Bist du superintelligent? Ich wünschte, das wäre schon alles. Hank? Sie haben nicht gefragt, also habe ich nichts gesagt. Du kannst ruhig ein bisschen angeben. Tada! Wow, du bist fasziniert. Ich habe mir geschworen, ein Heilmittel zu entwickeln, seit ich ein kleiner Junge war. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mir wünsche, normal zu sein. Meine Füße würden nie als schön angesehen werden. Sollen wir uns immer verstecken? Nein. 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 Nein.